Gebet für alle führenden Wesen zur Bruderschaft von Gott, Herr Mann, der Sittau, von Frank, der Neuen, Mittwoch, 21. September 2022. Mögen alle Liebewesen wirklich sein und frei von Leid, Mögen alle Lebewesen schnell zur Bruderschaft kommen und erkennen die Leere und die Natur des überwohnen und stärklichen Geistes und frei sein von den Giften des Geistes mit reinem Geist für das Glücklichsein. Mögen niemand dem anderen schaden, mögen alle glücklich und froh auch sein und mögen alle Heilung empfangen und gute Gesundheit und mögen alle schnell zur Bruderschaft kommen. Ich lobe alle Tathagathas und alle Bodhisattvas, wasattvas Möge dieses Gebet von mir zum Segen und Nutzen aller führenden Wesen sein dass sie alle schnell zur Bruderschaft kommen und mögen alle führenden Wesen geheilt werden frei von Schaden, frei von den Ursachen des Leidens und glücklich und gut Ich opfere die Verdienste dieses Gebiets, den Tathagathas von Bodhisattvas, Nahasakas und übertrage die Verdienste an meine Mutter für Heilung und Glück und an alle führenden Wesen, damit sie schnell zur Bruderschaft kommen اundare, tutare, tutare, turres,급 emberg Elice Mögen alle, liebe Wesen, glücklich sein und frei von Leid. Mögen alle, liebe Wesen, schnell zum Bruderschaft kommen und erkenne die Leere und die Natur des ungewohlenen, unsterblichen Geistes und frei sein von den Giften des Geistes mit reinem Geist für das Glücklichsein. Mögen niemand dem anderen schaden, mögen alle glücklich und wohl auch sein und mögen alle Heilung empfangen und gute Gesundheit und mögen alle schnell zur Bruderschaft kommen. Ich lobe alle Tathagathas und alle Bodhisattvas, wasatvas. Möge dieses Gebet von mir zum Segen und Wurzern aller fühlenden Wesen sein, dass sie alle schnell zu der Bruderschaft kommen und mögen alle fühlenden Wesen geheilt werden, frei von Schaden, frei von den Ursachen des Leidens und glücklich und gut. Ich opfere die Verdienste dieses Gebets, den Tathagathas und Bodhisattvas, und übertrage die Verdienste an meine Mutter für Heilung und Glück und an alle fühlenden Wesen, damit sie schnell zur Bruderschaft kommen. Om Tare Tu Tare Tu Resvahum und an alle fühlenden Wesen,